Der amerikanische Schauspieler Gregory Peck ist tot. Wie soeben gemeldet wurde, starb der 87-Jährige nach Angaben seines Sprechers in der vergangenen Nacht in Los Angeles. Peck galt als eine der letzten lebenden Hollywood-Legenden. Er gelangt in den 40er und 50er Jahren zu Weltruhm, unter anderem durch Filme wie »Ich kämpfe um dich« sowie »Ein Herz und eine Krone.« 1962 wurde er für seine Darstellung in dem Rassismus-Drama »Wer die Nachtigall stört« mit einem Oscar ausgezeichnet. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 13. Juni.